... im Exitkassel ... und seiner Favoritenrolle gerecht werden ... es geht los! ... die Moral-Kursbühne hat die Nase hoch ... Platz 1 unterwegs ... Platz 2 unterwegs ... Fluch wachsend auf 2 ... der Schott in der Pandemie ... Platz 3 unterwegs ... die Weckschalks auf der 4. Position ... der Führerinn stellt sich quer ... das Feld kommt noch einmal ran... ... die ganze Strecke besser rum ... das macht ... ... etwas schneller ... und die Juke-Boys stehen in der Kurve ... die Juke-Boys stehen in der Kurve ... die ganz lange sind los ... Markus Rödel zu einer Kurve ... die Nase Händler sind 2. 21 ... der Mann sind auf die Räder drin ... Markus Rödel ist immer nach vorne ... kann Heiko Schulter noch einmal rankommen ... das ist die große Frage ... er kämpft, er holt sich den 2. Platz ... so scheint es ... da gehen wir vorbei ... an die Kassel ... auf den 2. Platz ... aber der Führende setzt sich immer weiter ... das sieht nach einem Start ... in die Kassel aus ... ... für den Echtenkassel ... ... der Finale der Echtkassel ... ... Markus Rödel ist geballt ... der Führende ... ... der Führende ... ... der Führende ... ... der Führende ... ... die Blacksharks ... ... auf den 3. Platz ... ... greifen noch mal an ... ... noch sind die Böcke nicht gefallen ... ... Fluchtwunze ... ... und auch ... ... der Führende ... ... der Führende ... ... Markus Rödel ... ... die Läufe ... ... mit so viel Flagge ... ... Markus Rödel ... ... wir müssen nach dem 2. Platz ... ... der 2. Platz ... ... die Blacksharks ... ... die Blacksharks ... ... die Blacksharks ... ... und der Führende ... ... an Hades ... ... der Führende ... ... der Führende ... ... der Führende ... ... der Tanz ... ... Samba ... ... der Holtzügel ... ... auf die 4 ... ... die 2. 29 ... ... auf der 5 ... ... die Startnummer 6.17 ... ... und auf der 6 ... Was für ein Finale, der Top-Favorit auf drei, Markus...